Yo, weiter geht's. So, wo habe ich jetzt meinen Kamerad und Schlupferstürmer? Ach, da bist du. Gut, alles klar. Ja, ist alles noch ein bisschen unübersichtlich, wo man hier langfährt. Aber ich finde es gut, dass man, dass die mehrere Panzer drin haben, von der gleichen Sorte. Jetzt schießen wir erstmal oben die Flak weg. Jawohl, scheiße. So, haben wir noch irgendwo was? Wie viele Punkte gibt es denn das überhaupt? Da hinten steht noch eine. Ist sie weg? Die ist auch weg, ja. Und ich glaube... Ne, da oben steht auch noch eine. Ja. Ich komme gar nicht so schnell hinterher. Auch weg. Ja, und Treffer. Da hinten steht noch eine. Ja, ist weg. So. B wird gerade angegriffen. Ja, dann fahr doch da mal hin. Hat das eine Auswirkung, wenn man die Flak kaputt macht? Nur für die Flugzeuge dann später, wenn die dann angreifen, wach? Ja, und es gibt halt auch Punkte, wenn du mit einem anderen Panzerzeug schießt. Oh, oh. Irgendwie schießt was auf zwei Uhr. Ja. Und der hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Da sind noch zwei weitere Panzer. Wir stehen hier total ungünstig. Der steht hinter einer Mauer, versetzt. Uh, da vorne fährt ein Sturmgeschütz. Oh, dann bloß aufpassen. Ey, warum habe ich den Kind Treffer gekriegt, ey? Der war doch grün angezeigt. Ja, das Geschütz verzieht manchmal. Ja, weil es zu kurz ist, denke ich mal. Wenn es zu weit weg ist, dann hat man hier ein bisschen Probleme. Treffer. Ich fahre mal rechts ein Stückchen rum. Ja. Gucken wir mal, ob ich von der Seite rankomme. So, Bodeneinheit zerstört. Yeah! Maximus hat mal was zerstört. Äh. Wo ist dieses Fahrzeug? Da hinten ist er. Oha, oha. Hier neben kommt ein T-28 an. Normalerweise hat der auch keine große Kanone. T-28. Oh ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich habe den Treffer abgegeben. Er hat mich mit zwei Schüssen zerlegt. Ich habe den bewegungsunfähig gemacht. Und ich habe ihn richtig ausgeschaltet, wa? Ja, ich habe ihn richtig ausgeschaltet. Oha, lass mal zu C fahren, das nehmen die gerade ein. Ei, ei, ei. Na, ich bin doch jetzt immer noch hier. Hast du nur noch Gegner? Ähm. Ein T-28 ist vor mir. Okay, dann komme ich da wieder hin. Oh, 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 oh. Hier sind noch mehrere. Hier sind mehr, 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 mehr. Das sind... Kann man das irgendwie so eingeben, dass ich die Leute irgendwie spotte? Ich glaube nicht. Bam! Bodeneinheit zerstört! Weil ich fahre trotzdem Richtung C, weil C fällt gerade. Ja. Oh, ich habe glaube ich zwei Panzer jetzt zerstört. Und hier vor mir ist ein T-28, da bin ich glaube ich mit meinem Panzer ein bisschen unterlegen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aua. Aber vielleicht kann ich den hier hinten in den Arsch irgendwie reinschießen. Und da oben kommt der nächste, BT-7. Der ist nicht so gut. Oh, 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 oh. Da will einer, da will einer. Oh, oh. Alter, was war denn jetzt los? Nein, 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 nein. Irgendwas schießt hier ganz gewaltig auf mich. Boah, ich muss hier ausweichen. Oh. Ah, wo ist denn der Scheißer? Ach, scheiße, mein Turm ist kaputt. Mein Turm ist kaputt. Fuck. Boah, aber der nächste T-28. Ja, T-28 hat mich auch fertig gemacht. Kann man das irgendwie so einstellen, dass man auch mit den MGs irgendwie schießt? Ne, ne? Na gut, bringt ja nichts. Nicht, dass ich wüsste. So, ich fahre jetzt aber auch mal da runter. In die Richtung. Das sieht nicht ganz so gut aus für uns. Ich sehe dich da vorne. Ja. Schön, schön, herrlich. Endlich Maximus unterwegs mit dem Panzer, da wo er sich wohlfühlt. Oh, hier ist ja wieder ein Sturmgeschütz. Die sind richtig gemein, oder? Ja, ich bin der Hänger aber in seinem Heck dran. Da kann er mich nicht abschießen. Warte, 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 warte. Ja, 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 ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, Sturmgeschütz kaputt. Ja, ich hab Boden... Äh, hab ich gemacht. Ich muss gerade reparieren, meine Kette ist hier nüger. Warte, ich komm mal zu dir. Wie lange musst du da reparieren? Ist gleich fertig, ja, fertig. So, wo willst du lang? B wird eingenommen. Ich glaube, ich habe A jetzt. Warte mal, A, wo ist A? Ach, da, hm. Gut, aber drehen und fahren, das will er nicht so. Da muss man wirklich eh eine Sache machen. So, ich bin 800 Meter hinter dir. Oh, da oben steht schon wieder ein T-28. Oh, da ist 8 Meter. Oh, hinter dir wird da beschossen. Du wirst beschossen, du wirst beschossen. Ja, rechts vom T-28. Ah, der scheint zu brennen, oder? Oh. Ah, ich hab einen Treffer gegeben. Ich weiß hier ein bisschen... Ich weiß gar nicht, das sieht noch komplett neu aus. Ich hab einen Treffer gegeben. Alter, der ist sowas von Hammer gepanzert. Ja, der hat von mir schon drei gefressen. Von mir hat er... Oh, vor mir wird auch noch... Oh, ich kann mir eine Kanone nicht mehr bewegen. Mein Panzer ist defekt. Mein Panzer ist defekt. Aussteigen. Scheiße. Alter, von zwei Seiten, ey. T-28 und wieder ein Sturmgeschütz, Alter. Mann, das soll auf deutscher Seite sein. Und jetzt hab ich nur noch so einen hässlichen Panzer 3, ey. Der bringt überhaupt nichts, ey. Alter. Du hast ja wenigstens auch Sturmgeschütz, der wird bei mir noch... Ja, ich hab auch noch, äh... Den Panzer 3 hab ich auch noch. Ja, der hat ja nur eine 20 Millimeter per Kanone. Es gibt aber auch den Panzer 3, möchte ich sagen... Ja, den mein ich ja, den besseren schon. Ach so, den... Den Tier 1. Siehst du hier schon was? Von da drüben kam Schiss, aber ich seh nix. Scheint kaputt zu sein. So. Ja, das mag ich eigentlich nicht, dass hier so viele unterschiedliche... Hier, T-26, hockt bei uns auf unserer Seite. Hau ab! So. Ah, der Sturmgeschütz... Hallo, Ballo, der gibt ganz schön Gas, ey. Da hab ich mit meinen Leichten ganz schön zu tun, hier. Ah, der braucht aber immer ziemlich lange zum Anrollen. Ah, ha. Ah, T-28, wenn ich mir das jetzt angucke, das ist wirklich ein ganz schöner Brummer, Junge. Ich freu mich ja später dann auf den Tiger und sowas. Oh, ja. Oh, 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 oh. Ah, komm, T-28 gegen Sturmgeschütz, machst du nix. Oh, der braucht aber lange zum Laden, ey. Ich schieße jetzt seine komischen Ketten ein bisschen kaputt. Oh, kaputt ist er. Ja, ich hab ein paar Punkte gekriegt. So, wir nehmen es jetzt gerade ein, ne? Oh, Alter, was ist denn hier los? Mörserschlag, oder was? Ja, da hat scheinbar eine Artillerie angefordert. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Das könnten die ganzen leichten Panzer... Aber du hast auch schon den besseren Panzer III, ne? Ja, aber der hat nur eine 20-Millimeter-Kanone. Echt? Ja, der hat nur eine 20-Millimeter-Kanone. Okay, ja. Und das dauert übelst lange, fast so lange wie mit der 3,7-Millimeter-Kanone, bis die nachlädt. Oder hab ich schon die 3,7-Millimeter? Oh, was haben wir? Was hast du denn eigentlich für eine Kanone oben? Ja, auf dem Sturmgeschütz. Ist doch 7,5, ne? Ich glaube, ja. Und den hast du ja irgendwann, dann gibt's ja Sturmgeschütz da mit richtig langen... Oh, 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 da unten, da unten, da unten, da unten. Oh, ich kann nicht... Sturmgeschütz-Duell hier. Ja, ich seh, ich seh, ich seh, aber ich kann... Ne, oh, oh, ne, ich muss ausweichen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, fuck, Alter. Sturmgeschütz-Ausführung. Ja, 3a. Das war's. Naja, gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal... Wir nehmen jetzt einfach mal dieses kleine hässliche Teil. Mich hat das Sturmgeschütz auch erwischt da hinten, aber ich hab's brennend geschossen. Hoffentlich geht's noch kaputt. Ich hab jetzt den tschechischen Panzer und hier hab ich wenigstens schön dieses Balkenkreuz noch drin, wisst ihr? Ich weiß nicht, warum man das nicht mehr nutzen darf oder kann. Nein! Panzer-Kampfwagen, weiß ich, ach, das ist dieser Premium, ne? Das ist dieses tschechisches Modell. Also in echt ist das ein tschechisches Modell. Als Beutepanzer wurde der eingesetzt, gerade... Lol. Was denn? Kann man hier nicht hochfahren? Nee. Na toll. Jetzt die Kette hinüber. Guck dir mal den kleinen Hügel an, da kommt doch wohl ein Panzer drüber. Nee, ganz ehrlich, bei so einem Hügel... ... zur damaligen Zeit, nee. Selbst ein moderner Panzer hätte da schon ein bisschen Probleme. Oh, weil... Naja, erstmal Vollgas gegen. Ey, und verdammt nochmal, wir gewinnen die Schlacht noch! Sehr schön. Alter, ist ja geil! Haben wir gut Flaggen geholt noch. Ja. Oh, die Runde ging eigentlich, die war... Naja, du warst natürlich wieder Erster hier, oder vor mir. Aktivität! Oh, jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Irgendwelche Sachen hier, bremsen, ja, leckt mich am Arsch hier, Sperrfeuer, ja, okay. Äh, nochmal angucken. Dreimal bin ich gestorben, ich habe vier Panzer außer Gefecht zu setzen und zwei Flaggen eingenommen. Das passt auf jeden Fall, das muss ich auch sagen. Aber jetzt ist das, was ich mache, ja? Dann sch怕 mich an, ich schätze mich an. Und dann schlange mir die bei mir, ich mache. Ich schärfe mich an. Und dann ist das, was ich mache mir? Und dann hätte ich mir, du warst mir, was ich jetzt mal, ich kann, wo? Vielen Dank.